Präparate! Wenn ihr richtig habt, kriegt ihr einen Punkt, wenn ihr sagt Tor und es passiert ein Tor, kriegt ihr einen Punkt, wenn ihr sagt, es passiert kein Tor und es passiert ein Tor, dann nicht. Ihr müsst also raten, was passiert, nachdem dieses Stopp-Signal kommt. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Raten und bis zum nächsten Mal. Tschau! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.